. Müge Seat! Janni und Bert ziehen um! Die ersten Kisten sind schon da! Janni Hönscheid und Berkus mag ziehen um! Das gab das Bärchen auf Instagram bekannt. Für die beiden ist es schon der zweite Umzug. Erst vor zwei Jahren haben sie sich bei der RTL-Kuppelshoher Damsucht Eva kennen und lieben gelernt. Sohn Emil Ozean machte im August letzten Jahres das Glück von Janni und Bär perfekt. Nun hat die Familie ein neues Zuhause. Die Unterkunft am Mügelsee ist damit Geschichte. . Unglaublich viel ist in dieser Gegend für uns passiert. Wir haben Berlin auf Wasserstraßen erforscht, haben viele Sonnenuntergänger am Strandbad genossen. An einem von ihnen hatte ich dort sogar den wundervollsten Heiratsantrag den ich mir vorstellen konnte, erinnert sich Janni an die schöne Zeit. Nun ziehen sie allerdings nicht in irgendein Haus, sondern in ein ganz besonderes. Im Sommer liefert die Sonne und im Winter das Feuer die Energie. . Es wird eine Herausforderung, noch intensiver mit der Natur im Einklang zu leben, zum Beispiel zu waschen oder das Auto aufzuladen, wenn die Sonne scheint. . Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich in ihren neuen Bleibe genauso wohl fühlen wie am Mügelsee. . 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